Es gibt da etwas, über das wir mit euch beiden reden möchten. Ich bin in Sol verliebt. Entschuldige bitte. Du bist schwul? Weil wir heiraten. Ihr wollt heiraten? Jetzt dürfen wir das. Ich weiß, ich hab die Benefizveranstaltung ausgerichtet. Weil mein Herz gebrochen ist. Du wirst bald neue Erinnerungen haben. Und du kannst die Rahmen wiederverwenden. Unserem Besuch wird's gut gehen, uns wird's gut gehen. Mom, hier werden Leute finden, mit denen du reden kannst. Leute, die genau wissen, was du durchfasst. Es gibt eine Selbsthilfegruppe für Ehefrauen, deren Männer ab 70 schwul geworden sind. Ich bin jung. Meine Gelenke sind geschmeidig. Ja, Robert ist mein Partner. Aber darüber hinaus sind wir auch homosexuelle Kanzlei und Bettpartner. Wir haben ein Verhältnis. Mann, diese Partnergeschichte ist ziemlich verwirrend, hab ich recht? Frankie, du bist ein komplettes Desaster. Ja, ist schon klar, dass ich ein Messer in der Hand halte? Ich hab keine Lust, diesen von verbleibenden Jahren allein durchstehen zu müssen. Ich bin genau wie du. Nur mit einem besseren Charakter. Jedenfalls auffälliger. Du musst deine Gefühle zum Ausdruck bringen. Jetzt kannst du nichts essen bis Montag. Bedeutet das, dass Sie operieren müssen? Ich wurde noch nie operiert. Noch niemals? Nicht zum Beispiel so obenrum? Nein!